Ich hab George gerettet, als er zwei Jahre alt war. Er ist nicht nur ein Freund. Er gehört zur Familie. Rührt euch nicht vom Fleck. Hast du sie noch alle? Nein! Nicht bewegen! Aha! Okay. Sehr witzig. Du und ich lachen über deinen Witz. Neuer Kollege, er nicht lachen. Er weinen. Du kannst aufstehen. Und gucken, ob du den nie winnen gemacht hast. Na los! Ich hab deine Nachricht bekommen. Geht es George gut? Ich weiß nicht. George? Ist schon gut. Spin ich oder ist er deutlich gewachsen? Er ist definitiv gewachsen. Wir müssen irgendjemanden finden, der uns genau sagen kann, was das für ein Ding ist. Ich hab sie gefunden. Nein, ist gelogen. Eigentlich hat sie uns gefunden. Was passiert mit meinem Freund? Wissen Sie, was eine Genomeditierung ist? Die Veränderungen sind absolut unvorhersehbar. Gesteigerte Kraft. George! Schnelligkeit. Beweglichkeit. Nein! Wo ist George? Ich will ihn sehen. Er ist gefährlich. Wir werden alle sterben! Ja, wahrscheinlich! Wir haben das nächste Kapitel der natürlichen Auslese erstellt. Projekt Rampage funktioniert. Da läuft noch eins von Ihren kleinen Genexperimenten durch die Gegend. Was meinen Sie noch eins? Ihr werdet angegriffen! Wir müssen diese Viecher mit allem bekämpfen, was wir haben und die Menschen aus dieser Stadt holen. Dann retten wir mal die Welt. Er ist ein starker Arm, kämpft nicht Gegner. Sie wissen, dass man das auch anders regeln könnte, oder? Ja, weiß ich, aber das macht nicht so einen Spaß. George? Alles klar? Bist du bereit, Buddy?